Wir machen ein Lied und es heißt Asolen, okay? Einverstanden? Das ist auch unser letztes Lied für heute Abend. Offiziell. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir waren, ich glaube, vor vier Jahren waren wir hier für ein kleines Festival. Das war ein Tag lang so ein Festival von britischer Kultur. Und uns hat gleich dieser Laden sehr gut gefallen. Das ist richtig cool hier. Und wir haben mit Claudia gesprochen, ob wir irgendwann wieder kommen dürfen. Und sie hat Ja gesagt. Und so, vielen Dank an Claudia für die Erleitung. Und natürlich ein großes Dankeschön an Peter und Henry für unsere Technik-Crew hier. Vielen Dank. Und wir sagen Danke an euch, dass ihr gekommen seid. Wir sind Broom Bessons, das ist Marc Blümer. Ich bin Andrew Cady. Und dieses Lied... Bekommt gerne Klatschen. Dieses Lied ist das Lied, wo wir überall spielen, wenn wir Bock haben, um es auszutesten, wie die Leute abgehen in einem bestimmten Ort. Und ich bin sicher, dass wir viel über euch lernen werden, während diesem Lied. Das ist das Lied. Hier wir können. Danke, Ruf Galsher. Ruf Galsher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020